Eine Smart Factory. Eine Werkshalle der Zukunft. Das gibt es auch in der Härtereibranche. Ein Ofen, der zu jeder Zeit vernetzt ist. Ein Werksleiter, der immer auf dem aktuellsten Stand ist, was die Performance seiner Anlage angeht. Und ein Digital Diagnostic Center, das 24 Stunden einsatzbereit ist. Das ist der Digital Service von IVA Schmieds. Sensorik an allen wichtigen Komponenten wie der Pumpe und der Heizkammer sorgt für Transparenz hinsichtlich des Zustands und der Performance des Ofens. Es werden durchgehend Daten gesammelt und an das Digital Diagnostic Center übermittelt. Hier werden die Daten in Echtzeit ausgewertet. Eine Wartung erfolgt nicht mehr routinemäßig, sondern nur bei konkretem Bedarf. Aber natürlich bevor es zu ungeplanten Stillstandzeiten kommt. Im Falle eines Wartungsbedarfs reagiert das Digital Diagnostic Center sofort und schickt einen Servicetechniker. Dieser nutzt bei der Wartung eine Augmented Reality Brille. Darüber wird er von seinen Kollegen aus dem Digital Diagnostic Center unterstützt. Gleichzeitig hat er sein Arbeitsumfeld im Blick und beide Hände frei. Über einen Live-Video-Chat sehen seine Kollegen, was der Servicetechniker sieht und können ihm nützliche Informationen direkt ins Sichtfeld einblenden. Innerhalb kürzester Zeit und pünktlich zum nächsten Auftrag ist der Ofen wieder voll einsatzbereit. Dank des Digital Service von IVA Schmieds.